Paul Kröhrs liegt seinen Models zu Füßen. Der gebürtige Belgier ist einer der international gefragtesten Fotografen. Und zwar für Tiershootings. Sie posen wie die Supermodels, graziös und anmutig. Willkommen zu einer Art Germany's Next Dog Model in Wiesbaden. Du erhältst viel Liebe von den Hunden. Es sind die besten Models überhaupt. Sehr elegant und süß. Am besten gefallen mir die Windhunde. Die schauen aus wie Victoria's Secret Models, mit ihren langen Beinen und dem schlanken Körper. Sehr elegant. Seit Februar lebt der 57-Jährige mit seiner Ehefrau Inge, die ebenfalls Fotografin ist, in der hessischen Landeshauptstadt. Ursprünglich bin ich Modefotograf. Aber in Belgien war das ab den 2000ern kein gutes Geschäft mehr. Also habe ich 2010 zu Hunden gewechselt. Ich habe das hier immer bevorzugt, weil du den Kontakt mit den Besitzern hast und den Hunden. Die sind immer nett und respektvoll und freundlich. Ich kann euch sagen, in der Modewelt ist das komplett anders. Marina und Richard Wirth sind mit ihren fünf Whippets extra aus dem bayerischen Neuburg angereist. Vier Stunden Fahrt, um Rachel, Twist, Mira, Lucia und Adonis auf besonderen Familienportraits festzuhalten. Bei uns dreht sich alles um die Hunde. Meine Frau hat nebenbei einen Hundesalon und es sind unsere Kinder. Unsere Tochter ist 36 Jahre alt, die braucht uns nimmer. Also brauchten wir irgendeinen Ersatz. Er kann es mit Hunden. Und wir haben ja schon versucht, andere Fotografen, aber das Ergebnis war einfach nicht toll. Möchtest du mein Assistent sein? Die Fotoshootings dauern zwischen ein und drei Stunden. Alle 15 Minuten gibt es eine Pause für die Tiere. Heraus kommen am Ende Aufnahmen wie diese. Die Fotografen Wir arbeiten sehr langsam, Schritt für Schritt, denn Rumschreien und schnelle Bewegungen sind Stress für sie. Der schwierige Teil sind meist eher die Besitzer. Manche sind nervös und wollen, dass ihr Hund es gut macht. Aber alle machen es gut. Sie haben ihre eigene Persönlichkeit und jeder ist unterschiedlich. Manche können viele Tricks, aber das ist gar nicht notwendig, denn wir möchten ihre Seele, ihr Inneres abbilden. Persönlichkeit herauslocken, das geht laut Paul und Inge immer besser mit Futter anstatt mit Kommandos. Der deutsche Schäferin zum Beispiel, der sehr gut auf seine Besitzer hört, ist eher so. Ja, General. Seine Persönlichkeit geht dabei verloren. Wenn du mit Futter arbeitest, kommt der Jagdinstinkt durch, der Wolf. Ich sage immer, ich brauche die Hundeseite des Tieres. Wir haben auch viele gerettete Hunde aus dem Tierschutz aus Spanien, die nicht gelernt haben, sich zu benehmen. Die haben Angst vor allem, außer vor Futter. Wenn Inge sie mit Futter lockt, ist das oftmals mehr Lehrstunde als Fotoshooting. Paul Größ fotografiert nicht nur Hunde in seinem Wiesbadener Studio. Er findet, jedes Tier kann Model sein. Seine Bilder verkauft der Fotograf auch an Magazine und die Werbeindustrie. Ich würde gerne mehr typische Bauernhof-Tiere fotografieren. Aber die meisten Menschen haben mehr Verbindung zu Hunden als zu Schafen oder Ziegen. Natürlich dürfen sich die Besitzer auch gemeinsam mit ihren tierischen Topmodels von Paul Größ fotografieren lassen. Die Kosten für ein Shooting liegen bei 375 Euro. Dafür erhalten sie dann 100 Fotos. Wir haben viele freie Wände in unserem Haus, tapezieren damit quasi. Ich kann das bis zum Ende meines Lebens machen. Ich liebe es. Das Beeindruckendste ist die positive Energie der Hunde. Die geben sie mir weiter. Meine Tage sind voller Liebe und Aufmerksamkeit.